Jetzt da ist unser Ehrenbürger der Stadt Göln, Willi Melowitsch! Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier. Herzlich willkommen hier im Jürzreche. Wo sind wir hier? Ja, im Jürzreche. Herzlich willkommen im Jürzreche, in Köln. Und ich muss sagen, Köln, Stadt der drei Meere, darf ich das sagen, ne? Wo sind ihr Meer? Wir wollen so ein Häusermeer, nachmittags ein Lichtermeer und nachts überhaupt nichts mehr. Moment, Moment, Moment. Nein, nimmer zurück, nimmer zurück, ja? Gut. Und ich kann nur eins sagen, schmeiß die Riemen auf den Orgel, Schnaps, das war sein letztes Wort. Aber für den Vortrag habe ich noch gerade der Frau Beckermeisterin begrüßen. Herzlich willkommen. Das ist die Dame mit dem Brötchen im Fenster da. Achso, ja. Und jetzt kann sie loslegen, ja. Und jetzt auch zusammen. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort. Und dann trugen ihn die Englein fort. Jawohl. Oh, vielen Dank.